Es dürfte genug Platz sein, 1, 2, 3, 5 in der Höhe. Okay, ich kann 39 Zement oder so machen. Mal schauen. Oh, und ich kann auch den Kollegen noch mitnehmen, wenn ich eh schon dabei bin. Noch zwei vom Fenster, würde ich sagen. Ach so, okay, vom Fenster ist ja sehr schön. Ist doch geräumlich genug. Toll. Ich habe herausgefunden, wie man Tintensäcke kriegt. Man muss sich ansprühen lassen von den Viechern und sie nicht einfach nur umbringen. So. 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 wahrscheinlich 13 der in der länge 34 stein abbauen wenn du stein brauchst ich glaube sand brauchst du dafür und noch irgendwas anderes ja ich muss nur gucken du hast doch gesagt prof kriegt das pferd noch nie wieder runter von seine schubst das runter das kann auch machen geländer abbauen und unter schubsen das ist noch eine möglichkeit oder er tötet das einfach so eine möglichkeit wahrscheinlich machen davon gehe ich aus aber trotzdem so lustig ja pferdetöter die einfachste variante wäre es töten der joint getötet ist jetzt beim text suchen das eigentlich habe ich noch kein string immer mit um herstellt so und ein naja die wand kommt dann eh noch wird ja dann eh noch gestaltet so und spitzer kam aus dann wollte ich für einige spitzer das auszubauen und dann ist noch mit dabei kommt denn das ich habe es hier wahrscheinlich in meinem mein ding meine rezepte buch knochenblock habe ich hier ich muss jetzt mal noch suchen kannst du oben einfach eingeben du hast doch beton wahrscheinlich wenn ich weiß wie es heißt hier rosa knochenbeton also ohne farben wenn es ohne farbe haben willst dann erst drei also erst drei zwei sand dann noch mal zwei sand und und kies also du brauchst insgesamt eins zwei drei vier vier kies und vier sand brauchst du da musst du dann die untere reihe drei kies die mittlere reihe von links nach rechts sand sand kies und die obere reihe leer sand sand okay ich also von von links oben nach rechts unten leer sand 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 kies 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 okay da habe ich hier glaube ich das falsche zeug gekonnt sein okay ich hab's mit kies hast du bestimmt gemacht muss man farbstoff dazu packen nur wenn es fernwürst nur wenn es eine spezielle art haben ist und dann den grünen ach so dann dann nimmt irgendeine blume roten farbstoff dazu ich wollte schwarzen machen von daher geht schon aber das ist interessant dass man unbedingt farbstoff braucht habe ich genau falsch gemacht respekt für die leistung dort welche in so einer hülle auszuheben ich habe 16 schwarzen trockenbeton sachen mit deinem projekt fertig bist dann können wir schluss machen ich kann jederzeit schluss machen ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen dann umhängen und ich würde es nicht würde es die höhle aus aussehen kann man auch ausgehen machen weil das ist so attraktiv ist das nicht hier finden passt aber gut wie gesagt ich bin jederzeit bereit können wir uns wieder auf den berühmten berg treffen da drüben und vielleicht erst noch schlafen einmal das wäre keine schlechte idee mein witz direkt neben mir so ich sehe nicht ob es tag oder nacht ist es allgemein ziemlich dunkel hier ich habe nur ein follower willkommen und hier sagt mir irgendwas sagt mir was ich war da so was meine community hier vielleicht aus dem diskurs der sekunde gar nicht tief im stream sieht man kaum was weiß wie gesagt deswegen ist relativ sie würden jetzt hier nochmal 1 2 3 4 5 6 so jetzt gucken wir mal dass wir auf deinen berg kommen für sieben ich mache mir noch mal eine markierung ein video wie tief ich einschneiden soll drei vier fünf sechs sieben acht beton sieht schon sehr geil aus sehr passend für das was ich vor hab ich nur gucken wie der andere aussieht ich habe eventuell ein problem der wert ist nicht tief genug dass die anleitung klappt die berg ist zu schmal für die aber egal es ist jetzt 237 8 9 10 11 12 möchten wir noch weitere dann geht das eventuell auf 13 ich den trockenbeton hier müsste ich jetzt hier mit dem berg noch auf weiter mal schauen ob ich das noch aufs gehen hinkriege nein über so in der länge müsste das dann 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 4 5 6 7 8 9 10 ok wenn man hier die wand hochziehen eine schwebeterrasse muss noch den berg anpassen das kriegen wir in die zwei blocks die kriege gebacken berg noch nach hinten ausbauen so na dann das freiluft gehegelade haben wir noch einiges erreicht heute und ja durchaus ich habe meine haustiere das außen ding steht da muss noch aus dann ein paar blümchen und baum wird dann noch drauf klar pflanzen aber ich glaube das kann ich auch aufs gehen machen ist auch nicht so wild na dann bist du schon auf dem verabschiedungsberg noch nicht ich stehe noch bei mir und wird jetzt sofort wird jetzt unser verabschiedungsberg unsere begrüßung hat es nie gereicht aber ja die begrüßung war irgendwie immer ein fliegender start ich finde es gar nicht so verkehrt will man nicht gerade in der wüste irgendwo verurte sind finde das gar nicht so eine schlechte idee dass wir uns dort verabschieden ja ich muss mir nur jetzt erst mal einen weg zum schluss zieht man treppereinschlagen ja so hier ist doch hier ist noch ein treppen ähnliches ding und das goldene schimmernde schweiß ich verhungert gerade dann sollst du mal was essen muss dein hund ich muss dein hundchen schlachten ich habe 50 millionen dabei hast du mitgemacht dann lässt die kuh schlachten ich habe auf dem weg aber ein paar erledigt das ist ein jünger dort aus dem platteau gewonnen ja das sieht immer noch so aus wie es mal war ja natürlich das mache ich auch nicht weg machen nur meinen sehr lange können wir mal was muss mal mitten rein ja da sieht man meinen meine hauptöne hinten hier ist guter ausblick auf meine hauptöne sehr gut wenn du hier stehst ich versuche noch nach oben zu kommen und ich kann sich sehen lassen denke ich mit einem baum nach oben drauf und ein paar bliebchen und so cool aus jetzt mal eben kurz von ihnen sieht es noch gar nicht gut aus weil noch nichts drunten los ist und hinten muss und hinten muss noch ein bisschen was dran hinten muss noch zwei blocke hinten ist noch zu schmal aber ja man kann auch an beiden seinen hochklettern das ist nicht schlecht ein stückchen mittelerde habe ich mein facecam eingeblendet ganz mal winken ja so am schluss komplett ungelicht und sonst wasser auf f3 1 ist deine kamera so na dann einmal 55 und ein hundchen sich auch mit dabei wir sind immer da ich bin gleich nicht mehr oben ich fahre hier runter rückwärts ja aus der first person perspektive so ein bisschen seltsam modernischen rüstungen und schild ich sehe noch komplett nackt aus sehr viel eisen in der miene ist wirklich viel ich habe ein paar hübsche perlen im bad hurra und eine pinke socke da kann ich mich gerade mal davor stellen oder schenken ja sehr schön schönes blick zum abschern blick auf die auf das dorf mit hoffs haus und meinem haus mit meiner mit meiner mit meinem hobbit hole es ist halt wirklich so wie vorhin gesagt hat prof baut so sein wirklich sehr großes ding du brauchst dein ding nach anheit und ich baue halt wie mein minecraft baut ein bisschen ein bisschen anders sieht das sieht das aus aber der eingang sieht richtig aus na dann im nächsten stream dann die innenausstattung wird dann die innenausstattung gebaut ja in der zwischenzeit mache ich den berg zu einem parkplatz welchen berg da wo wir gerade aufstehen oder was alle berge alle meine hügel lässt du diese feld auf diese höhe ja na dann haut da rein ciao ciao für youtube und hoff ich dass das heute halbwegs gehen wird weil meine leute die nicht im stream sind wenn ich nicht von den zuschauungsteam in der aufzeichnung dann später ich habe es ist was mit meiner brille passiert ich spiele gerade mit sonnenbrille ich habe ich habe jetzt schade heute drauf und mein kopf mit schäger ihr seht den schäger nicht aber ich sehe den schäger ist heute hier alles ein bisschen dunkler nachts wird es ein bisschen wir müssen dann sofort schlafen gehen weil nachts nachts sehe ich hier dann gar nichts mehr also aufs kinder aufs kinder habe ich auf jeden fall eins noch gemacht ich habe hier mein beet angelegt wenn man ein beet angelegt mit melonen jetzt gerade nicht mehr wachsen und karotten und rote beete und kürbissen bei mir die so selten sind wie diamanten und der hügel ist noch ein bisschen auf dem hügel habe ich noch ein bisschen ein problemchen und so ein paar stupe angelegt und ja ich habe mal nachgelesen was man macht man muss eine schere nehmen und auch eine schere um um ihr laub abzuhalten weil ich würde gerne noch ein bisschen lauf auf den bergdorf packen und ich habe rosen scharf was da gerade die merkel läuft einfach entstanden ich glaube nicht bewusst das nicht bewusst eingefärbt na dann hast du meinen seppi angeschrieben hast du mal gesagt dass er der rock bei uns im voice und warum soll ich ihn anschreiben ist dein gast ich habe außerdem keinen chat mit ihm auf und ich habe schon zu viele die ich nie schließe ich habe erst mal sagen also auf den server ist er noch nicht gelangt oder siehst du ihn irgendwo rum kam auch keine meldung kommen er wird sich bestimmt er wird bestimmt kommen oder er sitzt im voice chat rum 1 und bald wird passieren wenn er nicht noch sondern auch noch seine kopfhörer gemütet hätte dann könnten wir ihn mal anbrüllen dass uns das ist mein nötchen können aber das so rosa scharf schon her bis drei rosa wolle sehr schön ich habe ein rosa scharf einfach bei mir und laub kann man auch abbauen indem man mit der schere daran geht habe ich zumindest gelesen in minecraft wiki und ich habe ein bisschen platzieren will dann habe ich dann habe ich die goldspitzhacke geholt ah sehr schön und ein wübsches laub zu dekorativen zweck ich habe sogar noch fünf ich habe mir jetzt erst mal sehr viel mehr trocken bitte okay ich habe jetzt jede menge lau läuft über die schon natürlich noch nicht ja ich werde auch gerade erst auffallen nach zwei stunden stellen fällt dann sehr viel auf dass er sich die ganze zeit gemütet hatte es würde uns doch aufhören wenn er schon auf der map rum wäre irgendwann kommt er irgendwann ist es noch nicht so wie bei den letzten malen das wird mittlerweile ein insider okay was ist das schon mal bei ihm passiert nö wir haben den wir haben den letzten mal immer angekündigt und der kam nie ich habe halt immer gesagt seppi kommt vielleicht heute vielleicht kommt eine stunde später oder so das ist dann halt da ist die zugangsdaten zum server ja das ist maximal zwei mal passiert da ich ja dings wir haben dich halt schon zweimal ich glaube mindestens zweimal angekündigt ja maximal zweimal über das war das mal schnell ins bettchen monni ja schon unterwegs ok ich mach mal eine playlist an wir waren noch mal die playlist und du musst noch mal erst mal finden wenn die eigenen direktnachricht ist aber auch schon wieder her ist hier ein privatschiff von jemanden aufgedeckt nein doch ja und zwar alle manche noch mal ein bisschen leise so damit dass man hintergrund so sehr schön die vorbereitung die man eigentlich vorher trifft sehr schön ich bin ich weitestet du bist nicht weitestet aber ich glaube prof hat die weitest ausgemacht oder hat er zumindest gesagt hat es uns gesagt also du kommst jetzt nicht auf den server drauf oder was das ist jetzt mit der angezeigt dass du nicht weitestet bist oder ja da steht da sonst wäre ich ja nicht drauf gekommen das ist jetzt schwierig mensch können wir noch mal versuchen den prof anzuschreiben habe ich gerade aber der wird jetzt wahrscheinlich nicht können ja ist blöd der ist gerade auf seiner furry convention ich weiß nicht ob der jetzt irgendwas machen kann ich befürchte nein wahrscheinlich nicht das ist jetzt scheiße das ist jetzt natürlich das ist ja du ok hätte ich vorher gewusst dass es eine whitelist gibt dann hätte ich mich auch eh hätte ich auch ja wir wussten es auch nicht aber prof hat es gewusst ich bin fast sicher er wusste es auch nicht dass er die angemacht hat ja gut deshalb habe ich vorhin gefragt haben wir eine alternativplan das spiel betreten habe ich gerade gewaltestet sehr schön er kann das wahrscheinlich unterwegs steuern kann ich damit meister wäre auch dass das schreibt das und dann hat man dann willkommen hier suche man sich erst mal erst mal den sektor auf dann müsstest du noch ein bisschen nach links aus dem sumpf raus laufen dann dürftest du beiden so ein großes dorf sehen mit mit einem großen haus und eine haubert höhle und so du müsst jetzt irgendwie erinnern es müsste jetzt mitten im sumpf sein wahrscheinlich ja so das ist toll man zum präsent ist live das sieht aus als hätten wir das nicht ja das ist doch ganz echt gar nicht verfehlen wenn ich das wenn ich das richtige die links wähle sie finden müssen liefst und komm die bergen haben mit ein bisschen liefst verschönern das ist einmal das falsche links gewählt und dann was hast du denn gewählt was läuft denn bei dir ich bin nach links gegangen und da war es nicht dann bin ich wieder nach links gegangen da war es auch nicht nämlich noch mal da ist ja auch nicht versehentlich die afd gewählt oder was das falsche gewählt ich bin halt immer noch nicht gelaufen nach links gelaufen müssen das ist ja klar man sieht noch ein bisschen unkreativ aus da kommt noch was da wird das heute noch ein gerichtet ich sehe den typ klassischen mark latt x ja bequem also an das wort für klein so war das gedacht ja du kannst du jetzt irgendwo plätzen aussuchen und da deine hütte mal aufbauen ich glaube dabei drüben bei modi ist noch nicht viel los das ist dann kannst das noch platz auf mein berg ist alles noch ruhig und unten bei was hier unten und neben dem berg da wäre noch eine platz oder tropenbaum stand ich werde mir jetzt erstmal als barn setzen das wäre eine gute idee ja schaffe haben wir genug ich habe es erst mal ein wert genau was herum steht dann ist so ein pinkes bett haben willst ich habe drei pinke wolle hier hat ich habe ihn geschafft dort oben entdeckt kann ich dir geben da muss nur holz das sind ganz pinkes bett machen hinter dir da oben ist auch noch ein pinkes schaf da können wir selbst noch ein pinkes bett machen ganz nice aus gehört da schon jemanden oder dieser berg wo ich jetzt hier gerade bin und grundsätzlich nicht ich sehe wieder niemanden vermutlich also nein wo nicht schon was steht da gehört eigentlich niemanden und grund tut hier sowieso niemanden was die millionen wachsen bei mir immer falsch das ist irgendwie auch frustrierend ist die wächste mit neuen wachsen falsch ich wollte die schönen frauen bringen damit die hier schon schön wachsen wenn du mal rüber zu meiner hobbit hülle kommst dann kann ich dir zeigen wie die wie falsch du wächst das gewittert ist gerade wirklich heftig bei mir bei mir gewittert gerade hier das eventuell mikro noch ein bisschen zu hören hoffentlich nicht zu doll da wummst gerade im hintergrund ja also bei dir jetzt hier nicht im spielen wie live ich glaube das war jetzt mal auch so was dein problem ist welches problem ach so ja ja das ist heute zu nehmen oder es ist halt wenn du bei denen hat es ganz gut geklappt bei den kürbissen aber der wächst halt irgendwie der werden auch nicht so wachsen wie du es gern hättest ich wollte es gehen dass das der so irgendwie noch auf dem feld drauf wächst und dann zack daneben das sieht halt irgendwie entweder du packst stein drunter oder eine reihe stein oder du machst halt eine wand oder zaun außen rum wie stein drunter dort wo nicht hinwachsen soll hier einmal drum ja so wie hier auch ich brauche erst mal was zu essen ich denke ich doch noch haben der seppi muss jetzt erst mal noch ein bisschen aufholen das ist natürlich erst mal am anfang und wir haben ja auch eigentlich noch nichts ich wollte noch ein bisschen laub verteilen und dass sie noch ein bisschen fröhlicher aussieht irgendwann mit einem baum gespott das ist gut kommt ich jetzt hier ins haus jemand nahrung für mich oder muss ich mir noch gehen welche jahre du kannst dir fisch aus der aus der holz zu holen ich habe ja ich habe auch ein fass mit nahrung neben dem feld stehen die holz hütte da unten da wie bei den scharfen die holz hütte dort dieses blockhaus das block dort folge mir ja jetzt werde ich es nicht finden also doch dieses haus da mit der hier würde ich das da drüben dass darüber dass du das da das ein braunen bananen dort dran ist noch ein baum drauf ist dass da kannst du auch gleich modis hütte angucken modis türen aus aus dass das jetzt mein das ist meine anfangs zu tun und hier reinkommen ist gleich immer hier hier habe ich 43 für ström 43 gebraten habe ja und kann ich die erst mal hier hier habe ich habe hier 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 das recht vielleicht für das erste steht denn die tür von der nase zu und ich müsste auch mal wieder was essen ganz schlecht idee ein bisschen gebratener lachs hier hast du schon eine musik playlist beziehungsweise und die musik mit und an für deinen stream für deine für deine aufnahme serp ich habe es nicht hinbekommen eine aufnahme ruckelfrei zu machen ist die klaren sie irgendwelche probleme ich weiß auch nicht was das braucht keine modi sind die playlist unsere sich hat nämlich auch ich hätte was sie sich hören würde aber ich weiß nicht ob die halt gemeinsam ist die musik deshalb unsere unsere playlist das team ist team sicher 99 prozent team sicher zumindest behauptet modi das bisher ist mir auch noch kein part gegeben tun also ich habe es hat auf ganz youtube bis jetzt zwei claims ich hatte 18 oder so wir wurden an mir wurde er wurde schon ein super mario part wurde mir mal geklämt war aber ansonsten also bei mir was neuesten was ich gemacht hatte das ist schon vier monate her und da war halt irgendwann bei nintendo direct da ist nämlich ein part da hat er hat nicht falls da da wird halt geklämt muss ich das ganze video kurz gefasst noch mal verplanen das schrubelduv oder sonst eigentlich nicht wirklich wir suchen mich immer da immer und überhaupt sind jetzt den ersten fortschritt gemacht so Untertitelung des ZDF, 2020